So mit Silla und Flair und Ganji und so, also ich bin ja so ein bisschen, bin ja Insider, so ein bisschen nur Homo. Es macht Spaß, einfach nur Homo zu sagen, wenn es gar keinen Grund gibt. Da muss ich sagen, da feiere ich auch Moneyboy ein bisschen, Alter. Moneyboy hat sich eh gemacht, oder? Jetzt gerade im letzten Jahr. Ey, finde ich voll geil, Alter. Also die Musik gefällt mir, die er macht auf jeden Fall. Finde ich viel besser als diese Zeit nach diesem komischen Ey, Yo. Aber legendär der Auftritt bei Joyce. Legendär und dafür liebe ich ihn, weil ich hasse diese Tussi, die da sitzt und ich hasse diese Typen, die da bei Joyce arbeiten. Das sind für mich richtige Untermenschen und dann geht ein Moneyboy einfach hin und der rasiert die einfach alle. Sodass die, die dumme Tussi schon so einen Absturz hat und er einfach noch einen raushaut und ich denke mir, ey, das hat der doch gerade nicht gesagt und ich sitze im Studio mit Shindi und Conne und wir klatschen richtig Applaus. Wir haben so, ja Mann, ja Mann und er sitzt so wirklich da und so, ja ey, der Boy, ja okay, also vielleicht sollte man auch mal Heroin nehmen und so, kann ja auch cool sein und so. Und sie kriegt so einen Monsterabsturz, ey, dass sie so mal in ihrer arroganten, eingebildeten Scheißfresse mal einfach mal richtig schön mit ihrem Gesicht back in die Scheiße landet. Und das hat Moneyboy gut gemacht und dafür feiere ich ihn auf jeden Fall richtig krass. Und auf Moneyboy rumhacken macht sowieso auch keinen Spaß. Also ich mag das gar nicht, es gibt gar keinen Grund und sich dann irgendwie da hinzustellen und dann so Moneyboy zu dissen, so, das ist ein No-Go, Alter, so, das macht man nicht, Alter. So, nee.